Ich begrüße Sie, liebe Zuschauer, ganz herzlich bei Danny Malando und meinem Malando-Orchester. Und dass ich heute hier sein darf, das habe ich meinem Großvater zu verdanken und meiner Großmutter. Nicht nur, weil sich die beiden sehr lieb hatten und gerne zusammen waren. Nein, vor allem, weil sie einmal einen Moment nicht zusammen waren. Wie geht das denn? Meine Oma Annie sagte eines Mittags, Du Ari, sei mal nicht sauer, aber ich habe noch was vergessen einzukaufen. Ich muss noch mal los Käse holen. Was sonst in Holland? Ich bin gleich wieder da. Ich hoffe, du langweilst dich nicht. Meine Großmutter ging los und als sie eine halbe Stunde später zurückkam, hatte mein Opa den Tango seines Lebens geschrieben. Unseres Lebens. Unsere Familie kann bis heute davon leben. Genau genommen vom Käse. Dieser Tango hat seit den 30er Jahren seinen Siegeszug um die Welt angetreten. Seitdem dreht er eine Runde nach der anderen. Hier ist Opa's Ole Guapa. Er ist Opa. Geist, der Tango hat. Musik 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 Musik